Unterschied zwischen Schweizer und Ausländern, wenn man Autofahren lernt. Bei den Schweizer... Janik, das ist heute deine erste Privatstunde. Und ich wollte dir einfach eins ans Herz legen. Wird man bitte einfach nicht wie die M3, M5 und M6-Fahrer. Mit ihren Ausbauanlagen, die so laut klingt, als wenn ein Flugzeug landet. Mich kackt's an! Am Sonntagmorgen hält's mich fast aus dem Nest raus. Wirklich? Fast aus dem Nest? Nein, Papi, das mach ich sicher nicht. Unsere Subaru klingt nicht mal so laut. Ja, das ist auch gut so. Es ist ja kein BMW. Es ist ein stinknormaler Subaru. Und wenn es nach 50, dann will ich, dass ich daran halte und nicht irgendwie mit 18 um ihn anfräse. Weil, weisst du, es ist gefährlich. Ja, aber weisst Papi, mein Kollege, der Bledi, der hat auch einen BMW. Und all meine andere Kollegen fahren auch einen BMW oder einen Audi oder einen Mercedes. Und ich bin der Einzige, der einen Subaru fährt. Mich scheiss das ein bisschen an. Ja, und dann! Und dann, Joli, Quas! Willst du auch so heißen werden? Wir sind alle in der Schweiz. Wir halten uns an die Regeln. Passt da! Ja, ist ja okay! Hoffe ich auch! Weil mir kommt wirklich zum Kotzen! Da kommt's mir! Da rauf! Und bei den Ausländern? Mach. Anschalten. Okay. Erster Gang. Losfahren! Langsam, langsam, langsam! Okay, 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 okay. Bist du, bl***? Wieso? Wieso, wieso? Langsam! Passuf, passuf! Passuf, passuf! Passuf! Das ist ein Schadehonen! Du arschloch! Ausländer!